jo leude und damit herzlich willkommen zurück zu es regnet in minecraft und osi und maxman sind mal wieder am schlüssel und wir bauen heute paar tränke paar coole auf jeden fall wir bauen? ja wir wir na wir craften wir brauen was auch immer warte warte hast du musik in minecraft an? musik? ja ich habe mal eine schaltplatte gekriegt vom keeper die habe ich sogar an ey die ist sogar gar nicht so eklig aber aber lass mal wieder ausmachen weil wir legen ja eh in der grundmusik drüber aber die ich will meine platte zurück haben alter ist hier oh oh sorry 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 da ist die warte sollte ich löschen ich kann dich nicht löschen tut mir leid ich werde einfach sterben maxman es tut mir so leid das wollte ich nicht ich überschätze immer die stärke meines schwertes meiner meiner eisernen klinge alter das kann man auch wieder so zweideutig verstehen ne? ja stimmt geht das schon wieder los ja also wir haben trank der feuerresistenz trank der regeneration und trank des schadens okay feuerresistenz trank finde ich ja nicht schlecht aber erst dann würde ich sagen wollen wir uns einen stärke trank machen? können wir machen wir haben glaube ich zwar noch stärke tränke ich glaube stärke 2 nein doch doch die haben wir im anderen haus wo? da wo unsere brausachen sind unser braukeller sag ich jetzt mal unser alchemiekeller ja wir brauchen schon irgendwelche tränke die wir machen wollten ne? ja auf jeden also also ich weiß nicht was findest du denn klingt für uns realisierbar ich guck denn ob wir die materialien haben äh ich denke keine tränke guck mal warte mal du gehst da unten da steht irgendwo ne kiste ja ich hab schon genau hä wo sind die jetzt hin? oh Gott hier ist so ein häseliger spasti rausgekommen aus dem portal soll ich den mal killen? warte nein lass ihn bitte am leben warum? bitte ja aber da gibt es vielleicht goldnuggets bitte lass ihn am leben ja ok der ist gleich mein freund ich glaube ich kuschel immer ein bisschen mit dem ich glaube das ist hugo hugo? wieso hugo? weiß auch nicht ok ok willst du an dem was austesten? nein warum nicht? soll mich jetzt angucken? guck mich an du huransohn guck mich an ah ah maxman stell dich mal dazu und mach mal mit dem bitte ich mach mal von euch ein selfie ok? nee ich bin grad dabei ich mach grad nen screenshot von denen nein doch ok stell dich doch ok warte ich ich stell mich mal neben den und mach mal ein selfie mit dem ok? ey nein oh wie kann man denn oh du bist ein behinderter spasti ohne spaß hör auf oh ich hab wenigstens mal den bei nether herein gepuncht oh scheiße hä was tust du da? warum hast du mir deine ganzen karotten zugeworfen? ich hab das so du hast die gib die mal her ich brauch die ich hab hunger was labersto verstand also wir haben stärketränke ja regenerationstränke können wir uns nicht machen nee warum? was fehlt uns dafür? gasträne ah shit 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 was was zwiften ist normal schnelligkeit ne? richtig äh haben wir auch ja das brauchen wir nicht healing haben wir ja was war dein harming? ähm vergiftung? ne poison ist vergiftung achso schwäche schwäche ja kann sein das war schwäche trank dann feierresistenz nachtssicht 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 wäre eigentlich cool ok was kann nachtssicht das ist glaube ich für level farmen richtig geil wenn man nachtssicht hat gut nachtssicht dann brauchen wir netherwarzen machst du ja goldene kauter mach ich da brauchen wir ein bisschen gold für ne? ja haben wir aber genug weil wir brauchen ja nur gold nuggets achso ja ich hab hier auch noch einen gold nugget falls du den noch irgendwie verwenden kannst ne äh ne einfach ne weil ich 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 statte schon mal als erstes du brauchst du ganz normale tränke und die verbindest du mit netherwarzen also erstmal netherwarzen rein genau gut das blubbert schon ein bisschen ich mach gleich zwei ne weil wenn wir schon mal dabei sind können wir gleich zwei machen ja auf jeden also insgesamt sind es ja eh mit einem durchlauf drei stück ja aber ich mach gleich zwei mal einen durchlauf ja wie macht man nochmal diese fermentierten spinnenaugen mit die brauchst du gar nicht äh genau brauner pilzzucker und spinnenauge aber die brauchen wir nicht ne das stimmt dass wir die nicht brauchen aber falls wir die für einen späteren trank mal brauchen weil davon haben wir nämlich nur noch eins mach ich mal noch zwei vorrätig so seltsam du hast schon mit netherwarzen verbunden ne genau so haben wir redstone hier unten drin ja ja äh kannst du nochmal loslaufen und noch einmal redstone holen einen halben stack oder so mach ich wir haben eh genug redstone von daher deswegen so ich gucke jetzt mal zu wie das sich verändert mhm gucken wir mal ach so dann kann ich gleich schon mal die nächsten drei redstone probiest du die nächsten drei tränke vorbereiten so wir machen den extra doll ne äh was muss man da noch mit anfügen redstone ach so ja redstone ja das ist ja das ist ja YOLO redstone haben wir eh mehr als genug ich hab dir mal 27 mitgebracht und das hab ich mal in die kiste gepackt ne ok was kann der jetzt bisher ach so oh nightvision bisher ok warte es wird noch besser ähm lass vielleicht doch haben wir hier noch genug Schießpulver jetzt ist er fertig ja warte nein stopp nimm ihn noch nicht raus ähm ich würd noch Schießpulver machen ne noch nicht ich würd die drei so lassen aber du weißt aber schon dass wenn wir da jetzt noch Schießpulver drauf machen und wir uns in einander stellen ja aber ich würd drei so ich würd drei so lassen dann wirkt das aber doppelt sag ich jetzt mal ja ich weiß ja wir würden trotzdem drei gerne so lassen und die anderen drei machen mit Schießpulver ja na gut würd ich persönlich zu sagen im Nachhinein kann man es aber noch ändern na stimmt so irgendwas was du reden möchtest nö ich hab irgendwie kein Gesprächsthema ja äh also wie in der letzten Folge ist ja eigentlich auch nur zwei Minuten her für uns für euch ist es wahrscheinlich zwei Tage her wahrscheinlich äh okay lass uns mal nachdenken ähm also ja wie gesagt also ich weiß wenn ich jetzt mal so mich zurück erinnere weiß ich gar nicht wenn ich das letzte Mal was bei Ikea gekauft hab wollen wir gleich mal angeln gehen können wir machen aber wir brauchen Kugelfischer ja dann können wir Wartapp Briefing machen okay ich besorg uns zwei angeln okay okay cool äh da müssen wir dann vielleicht vorher nochmal pennen und ich brauche ich brauche was zu essen ich brauche was zu essen ich habe hier was bei mir aus der Not ah ich möchte jetzt auch zu Carnage nach sehen ich brauche Ich bin zum Lagerhaus Drrr ich kann nicht mehr sprinten nein fragt man weisst du dass mir eigentlich fehlt was denn ein Trank mit dem man äh extra Erfahrungenser could lo ach so so ein Barbar also kein Erfahrungstrank sondern ein eher Erfahrungsbonustrank ich verstehe dich schon ja es ist mir schon klar ob die Zuschauer mich versteht weiß ich nicht okay also wir haben jetzt zwei Schadenstränke drei Regeneration 2 Tränke Schaden 2 übrigens zwei Feuerresistenz 8 Minuten 2x 3x Stärke 2 für 1 Minute 7 2x Stärke 6 Minuten dann zweimal Wurftränke nachts 6 Minuten und nachts nicht ganz normal 6 Minuten Feuerresistenztrank müssen wir noch einmal machen und auch zum Wurftrank machen okay gut soll ich mich da denn mal hinsetzen und das machen mal schnell vielleicht noch wollen wir jetzt schlafen mir ist es eigentlich relativ egal ich weiß nur dass wir noch einmal Luck of the Sea oder so hatten war das nicht so wir haben noch einmal Luck of the Sea ich weiß aber nicht wie teuer das als Enchanting ist wie viele Level hast du? oh also einer einen es kostet genau drei ich versuche mal noch irgendwas zu klatschen damit wir noch eine verzauberte Angel äh ich brauch das ja oh nö mir fehlt ein xp-xp-punkt ein ganz kleiner muss denn hier irgendwas kreberhaftes ich mach noch schnell Feuerresistenz 2 Trank Wurftrank Entschuldigung ich entschuldige mich für diesen Fehler ja es war ein Fauxpas Max das ist leider unverzeihlich ja ich werde jetzt gerichtet vom Richter Ossi genau so ich habe vier Level und damit kann ich das locker verzaubern und dann würde ich sagen ähm ich hatte sogar noch ein Gesprächsthema ich bin eigentlich so blöd ich hatte mein Gespräch das haben wir auch ganz gut wir sollten das irgendwann mal vorab setzen achso ja machen wir wenn wir beim Angeln sind äh das schaffen wir heute nicht mehr doch 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 wenn ich verlagern will das zur Hälfte noch auf die nächste haben okay so jetzt haben wir eine verzauberte Angelrute und eine unverzauberte äh dann brauche ich noch warte Feuer dann brauche ich noch Redstone und Schießpulver hab ich warte ich habe alles ich habe auch alles ich wollte nur mal sagen was ich habe nicht dass die denken ich bin behindert oder so gut ich bin vielleicht denken das so oder so schon aber vielleicht nein Spaß äh wieso brauchen wir eigentlich achso Waterbriefing was macht es im Visibility Unsichtbarkeit ah auch nicht so geil ach finde ich eigentlich ganz lustig mal für eine Folge nee sehe ich dich ja nie kann man auf einer Angelrute nicht Level 1 verzaubern nein geht nicht hm komisch kann man wohl irgendwie nur durch Bücher bekommen so ich werfe dir denn einmal die verzauberte Angelrute hin die hat Luck of the Sea 1 damit sollst du ein bisschen mehr angeln und Ahoi Brauser dann würde ich sagen wenn du unten mit deiner ganzen Alchemie Kacke fertig bist dann oh Fire Resistance sieht cool aus dann würde ich sagen chillen wir uns erstmal kurz äh ins Bett und pennen eine Runde und am nächsten Tag okay wir können los okay cool ich lasse die unten erstmal drinnen weil ist so ja sieht auch ein bisschen cool aus finde ich ich ignoriere einfach einfach aus Protest was denn die Spinner äh ignorieren äh hallo 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 hä hä ja ich weiß ich habe hallo mit 3L ja hä so schreibt man das doch ja hallo hallo wenigstens hast du nicht halo geschrieben ja gut das stimmt schließt noch nein hä hä was ist denn los mit dir mein Quad ist gequasht ah das erste Mal dass mir das passiert ja ich will sagen beenden wir die Folge einfach mal einfach mal so ganz sporadisch und sehen uns denn in der nähersten Folge wieder äh wo wir denn nochmal so ein bisschen auf das Thema eingehen und angeln gut danke für die Sprechung tschau mit V wui wui